Dalliches Schlachthaus. Ransomzeit. Dalliches Schlachthaus. Rainer? Ja? Du wolltest das Spiel auf Deutsch stellen. Danke, danke für den Hinweis. Ich bin mein Killer. Es ist der Fallensteller. Ja, das ist der Trapper, richtig. Alter, was soll der Scheiß? Wieso habe ich den gerade gehört? Rainer? Ja, ich lauf mit ihm im Kreis. Mann, er hört nicht auf, wo ich hinzeige. Was ein Arschloch. Hoi, Vampy. Hoi. Fisch. Suppe. Flossen. Messy. Das hat mich noch getroffen. Wovon wir reden? Weiß ein Baby? Ja, Heifisch-Baby. Das ist aber grausam. Warum? Ich wollte Suppe draus machen. Ich will ein Baby haben. Das werde sich in mir dann. Hatte ich schon alles. Du hast ein Baby gehabt? Ja, Dawn High. Zehn Stück Wallachloric, die wir da gefangen haben. Ich hab gedacht, wir haben die kommt mit zum nächsten Geber weiter. Ich mach hier erst das Totem. Achso. Das hatte ich nicht gesehen. Da ist immer noch unter mir her. Jetzt regt er mich auch. Nein, er macht das ganz gut. Schade. Ich vergesse, ich drück immer zu spät mein E. Der hat bestimmt wieder die Waffe gewechselt auf ein anderes Gewehr. Der ist Kingslay. Der ist ja immer noch vor. Der hatte ich auch schon angefangen. Und ich werde jetzt angehangen. Er hat mich geschlagen. Er hängt und zappelt. Er steht vor mir. Er steht weiter vor mir. Er steht etwa zwei Meter vor mir und platziert eine Falle direkt vor mir. Jetzt geht er zur Seite. Läuft auf einen rechts von mir zu. Links von mir. Macht der das? Ja, ist in die Richtung noch. Jetzt geht er weiter weg ins Feld. Ja, zum Generator. Ich sehe. Bei meinem Generator stellt er eine auf oder nimmt eine Falle. Denktrap vor mir liegt auch eine Falle. Hi, Vampy. Hi, hi. Direkt vor mir. Direkt vor mir. Das ist aber schöne Fingernägel. Ja, ne? Ja. Du hast einen tollen Arsch in der Hose. In der selben Farbe wie deine Fingernägel habe ich mutierte Dinosaurier Babys bei Arc. Ist ja cool. Er hat ihn schon wieder gesehen, ja? Mal überhaupt. Ne. Er läuft weg. Er läuft woanders hin. Er läuft zum fertigen Generator. Okay. Ich werde gleich gleich seine Falle sabotieren hier. Hehehe. Ich werde direkt vertreiben. Ich werde miträumt. Klacka. Er hat es doch da vorne hingesetzt. Ich habe schon geguckt, ey. Ich habe es aber nicht gleich gesehen, wo. Ich habe gedacht, er hat es was dahinter gebracht. Scheiße. Er kommt zu mir. Ich habe einen Generator exprieren lassen. Ich habe alle Falle kaputt gemacht. Ich bin verletzt. Ja, ich bin hier. Bleib stehen. Er haut auf den Generator ein. Jetzt macht den Generator kaputt. Da bist du. Sieht lustig aus, wie du da oben rüberkommst. Sieht lustig aus, wie du da oben rüberkommst. Da vorne den Generator gleich, ne? Ja, genau. Der haut eine Falle. Ich habe gedacht, er hat so weiter hier auf der Seite. Ne, ne. War nur die eine. Er hat eine Falle platziert links von mir. Er war der Meinung, dass er es hier hingelegt hat. Aber da, wo du warst, war die Falle. Dann lege ich dich auch ins Krasse. Weil das andere so läuft sich nicht. Ne, das sah von der Ferne so aus, dass er es dort hingelegt hat. Oh fuck. Ne, Killer. Nicht fuck. Fuck, Killer? Fuck, ich glaube. Young ist wieder da. Also von den Kisten habe ich irgendwie jetzt noch nichts gesehen. Ich habe auch noch keine einzige Kiste gefunden. Ja. Vorsicht, außenrum. Nei. Worüber, liegt er die Keller? Ne. Irgendwie wird der empty gerade im Keller gebracht. Ne. Neben mir hängt er sie auf. Ok. Ich hab ne Kiste gefunden, Fancy, ich komme gleich zu dir, ich will erstmal Kiste machen. Er ist in seine eigene Falle gelaufen. So, das gibt uns mehr Zeit. Ich wusste, dass er die Falle da vergisst. So, du hast Zeit, er macht das Teil kaputt. Ah ja, genau, dort. Baby, ich dort, ich. Oh, hast du mich gehauen, geh weg da. Ich hab den einen Generator, bald fährt sich hier. Alter, der hat mich voll geriert. Ja, der will mich und hier. Ne, 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 ne. Aber was für Mittel nimmst du denn, um deine Haare so seidig bleibt zu machen? Alter, könnt ihr mal aufhören, über Mode zu reden, jedes Mal, wenn ihr euch da heilt oder trefft? Kann ich grad die Nebenstelle hin? Oh nein! Mein Freund hat was zu essen vorbeigebracht. Nett. Warum kriege ich nix? Mach's mit mir. Oh, hier ist eine Kiste. Ich bin nur unsichtbar. Ich bin der Geist. Ich bin der Geist. Hier ist nix, hier ist nix, hier ist nix, hier ist nix, hier ist nix. Da ist was. Das eine Tor ist auf. Jo, schön. Ist auch gleich auf. Oh. Oh. Ist auf. Hier ist nix mehr, hier ist nix mehr, hier ist nix mehr. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ach, jetzt mach mich nix. Ah, shit. Puh. Oh, sitz, 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 na. Der Haken wird sein. Oh, er bringt mich sogar zum Ausgang. Hast du ja keinen Bock mehr? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Der will sich jetzt auch paar Punkte verdienen. Ich krieg raus. Nein. Oh, fuck. Jetzt war ich zu dicht dran. Okay, ich krieg raus. Wir gönn's ihnen nicht, oder doch? Ich geh raus. Kriegst du jetzt mal raus? Ja, ist okay. Ich glaub, der will nicht mehr, der ist an mir vorbeigelaufen. Nee, er möchte, er möchte Point farmen. Dann geht's raus. Wenn wir, du kannst auch raus, oder? Oh Gott, ja. Sicher? Ja, ja, ja. Ich glaube. Ja, sie ist draußen. Ja? Okay. Pri-Warte viel, du brauchst nicht stalken. THISannmih! Wieso bin ich jetzt von level 20 auf level 18 runter? was im kreis steht man das ist ein überlebensrang das läuft andersrum dass das 20 ist der niedrigste und eins ist der beste mit einer kurzen hose nicht so kann ich kalt ich habe sogar noch eine kürze ich fühle so selten das schwein das schwein oder ich leg ihn ab das schwein oder was der mit der gelben schurz macht die generatoren nicht kaputt nein ich glaube da gleich in der reine richtung jetzt hat er dich aber gesehen ja ich stand im generator dran das ist natürlich auch genau in die ecke renault ich halte das nicht durch ich mache die generatoren er geht zum generator hat man gesehen vorher mich zu einem viertel zur hälfte und er kommt auf dich zu ja lappen feind help wie er mich beschützt ja sozusagen hat ich habe ihn fast geheilt ja gehalten scheiße man ach hier oben ist ein hacken ich würde ein sanikkoffer sein ja ja ich würde ein sanikkoffer da sein da kommt jemand auf einen zu der sich heilt ich heil mich nicht den verkackten werkzeugkoffer schon wieder du machst ein totem tschüss hast du das gerade eisgat neben ihm gemacht nur mauer nur mauer das war die mauer er geht auf dich tanto ja er lässt die leute gerne liegen also ja ja oh das war es nicht so wert verschwinde naja ja 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 er kommt verschwindet oh er hat daneben gehauen ja er verfolgt bambi lasst mich doch da hoch menschen so einmal heilen weiter ja gar nicht ok ja betatscht mich beide ja machen wir auch wusste doch dass sie darauf steht aua los alle drei jetzt hier schnell einmal scheiß hat er ihn bald schon zurückgesetzt ja ja schau mal oh ich hänge warte bist du hängen gelügt oh scheiße wer kommt er hat daneben gekettensägt er hat daneben gekettensägt ja ja ich mach den generator fertig eiskalt hier hehehe fack dich wampi ich bin unterwegs schön zucken was denn jetzt ist er bei mir er hat mich mit der kettensäge doch erwischt er muss perp drin haben dass er ganz schnell mit der kettensäge arbeiten kann ja er war so schnell aufgeladen er war so schnell aufgeladen lustig naja toll gleich hier am nacken scheiße der der gerade am generator ist ja es blöd wenn man die kinder nicht sehen kann weil das scheiß symbol der ganze angezeigt wird ja ja das meine ich ja das kenne ich auch finde ich auch immer voll nervig ja links mp links in die ecke nach links weiter ja guck geradeaus die gang rosa da bin ich gerade ich kann das sehen wenn du verletzt bist so warte ich heil dich erstmal ja was soll das denn da bei ihm ich geh zu dante du bleibst hier dante ist schon frei ok achso danke ich komme wer kommt hier hin ja ihr habt voll auf mich abgesehen jetzt werde ich sterben shit komm rein ins haus hier die runde läuft gerade noch gar nicht ja das war's ja sorry das war's das war's oh oh guck ok na das ist für den bei mir in der nähe ok ok Ich mach jetzt einfach den Generator drin Ja, ja, ja Ich mach jetzt auch mal ne Überlegung Alter, das war klar Oh oh Ja, sind wir noch bei Lampi Okay Na Jetzt ist er nicht mehr bei Lampi Okay Den haben wir aber Jetzt ist durch Heißkalt, holl ich Oh 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 Ist er bei euch, ja? Bei mir nicht Der ist bei Hellhaut im Haus Ach, du Lappen, der was Gar nicht gut Ja, und wie oft hinkst du? So das erste Mal jetzt, wenn er mich auf der Grenze hängt Okay Na, mein Pidu hinkst schon zweimal, oder? Ich bin Hälfte beim letzten Generator Ich auch Und, 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 und Gibt's doch nicht, ey Ah, fuck Sorry Das ist so unverschämt, ey Der, den den Generaten macht, äh Achso, keiner sitzt selbst Ja, ich sehe es halt nicht, wo der langläuft Ja Alter, ist dein Charakter am still, wenn er getroffen wird Alter, mach den Generator kaputt Vampi ist auch an einem dran Vampi ist gleich fertig Vampi ist gleich fertig Vampi ist gleich fertig niemand entrimmt den tod er sagt ich glaube ich stehe entsteht jetzt hier mit einem schlag rechtlich genau das zum und ist der und loslassen das reiner noch und so weit ich werde nicht kampflos auf er hat kämpfe um dein erbärmliches leben was gleich ausgelöst wird ich habe nur mal verluste die kann man nicht ausgleichen guck mal sind die verluste meistens bei mir komm schon mehr geht nicht ich habe dafür gefahrt habe ich mich